Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon's Dogma 2 Let's Play mit Captain Riliok. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht, ein von drei Aufträgen abzuschließen und wir sind noch nicht mal angekommen. Hier haben wir einen ins Wasser stürzt. Können wir das looten? Ne, der ist weg, ne? Hier war irgendwie irgendwas, äh, okay. Der wurde so absorbiert, sag ich mal. Oha. We've got Goblins, jetzt schon. So, einer ist down. Und da sind die Echsenmenschen. Eieieiei. Schwächungen. Oh. Okay. Ich wurde durchnässt. Das auch noch. Okay, das bin ich jetzt. Ich bin ja fast down. Ich bin es nah. Und da war's noch. Ich kommos. Ich bin in der Nähe. Ich denk noch mal, dass wir jetzt hier ohne Druck, weil wir sehen. Oh, scheiße. Ich werde sterben. Die Verlustleiste. Ich bin down. Zack. Okay, mein erster Tod. Ich habe mich ganz gut geschlagen. Irgendwie 5, 6 Folgen. Vom letzten Speicherpunktladen. Hoffentlich sind die dann geschwächt oder so. Dass man den Fortschritt nicht komplett verliert. Das wäre natürlich ganz cool. Da sind sie. Okay. Kann ich nicht blocken? Schwächung wieder, da bin ich schon wieder durchnässt. So, stirbt doch endlich. Echsenschuppe, okay. Da ist der zweite. Nein, da fall doch nicht ins Wasser, Mensch, Scheiße, Mann, wie ätzend. Ein so knapper Sieg, sowas Bescheuertes, Mann. Geh in die andere Richtung. Alter, dann schaffe ich die schon und dann sterbe ich hier, weil ich ins Wasser plumpse, ey. Echsenschuppe, zwei Echsenschuppen. So, und jetzt bin ich so weit geschwächt. Was ist hier denn noch? Die anderen 5000 Goblins, die sind, der ganze Loot ist weg, alles weg. Doch, da sind sie noch. Koboldhorn. 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 So, okay. Okidoki, 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 okidoki. Wie weit sind wir? Ist das noch weit? Oh Gott, Mann. Und wie, wo lang? Man weiß es nicht. Hier lang? So, ich bin so down, kann ich nicht irgendwie was... Da muss ich hin, da muss ich hin, hinter den Berg. Aber, um das hinzukriegen, so, wie kriege ich denn jetzt ein Lager aufgeschlagen? Gegenstände. Lagerausstattung. Warum kann ich das nicht benutzen? Achso, ich muss ein Lager Feuer finden. Ich muss ein Lager Feuer finden. Hier sind Vasallen. Hier ist ein kleines Dorf. Okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Fox ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Was haben wir denn? Wir haben... Birgit ist in meiner Stärke. Birgit ist Stufe 9. Victoria. Warum steht denn nicht dabei, was für eine Stufe sie hat? Was hat Victoria für eine Stufe? Warum steht das nirgendwo? Ah, das Spiel ist also... Einige Sachen sind echt scheiße. Das muss man ganz klar sagen. Das ist zu schwierig teilweise. Aber, naja, wollen wir nicht immer jammern. Warum wird einem nicht von meinen eigenen Leuten die Stufe angezeigt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch total bescheuert. So, jetzt nehme ich Sie. Anheuern. Zack. Victoria, Stufe 5. Jetzt wird sie mir angezeigt. Viel zu spät. Total bescheuert. Nee, 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 nee. Entfernen. Nee, du kriegst nicht das Geschenk. Das Geschenk abbrechen, ja. Gereiste Tage, ja, die war ganz super. Alles klar. Ja. So, Stufe 9, Stufe 9. Und jetzt nehme ich mal... Es nützt ja nichts. Ich nehme noch... Noch ein Schild-Typen mit. Anheuern. Yup. Und... Fox. Ich will Fox loswerden. Oh, ist das schwer. Ist sperrig, das Spiel. Mein Gott. So, wie kriege ich jetzt Fox los? Wie kriege ich Fox? Da ist Fox. Grüßen. So, Fox Stufe 2. Das ist echt zu schlecht. Entfernen. Geschenk geben. Komm, kriegst du eine reife Erdbeere. Bitteschön. Zack. Du warst super. Zack. So, jetzt fehlt mir noch eine Stufe 9. Nein. Dich habe ich. Hier, warum nicht? Dann nehmen wir noch... Anheuern. Anheuern. I see the Arisans found someone to handle our busy work. gut. 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 Gut, 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 gut. Drift verlassen. So, jetzt sind wir eine kleine Truppe. Wir haben Stufe 9. wir haben stufe 9 okidoki 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 verfallene siedlung da ist auch ein lagerfeuer ich hoffe es sind keine gegner doch es sind gegner die verlustleiste ok ja noch mehr noch mehr schaden noch mehr down noch mehr schlimm ich bin gleich wieder down alter scheiße ich bin down aber ich hoffe die schaffen es trotzdem schaffen sie natürlich nicht vom letzten speicherpunkt laden ich hoffe das ist wieder in der nähe jetzt bin ich so weit dauerne will lager aufschlagen und in dem lager sind gegner es ist ein teufelskreis die verlustleiste verlust verlust sterben tot ich hasse diese art von spiel so der ist down mein gott auch schwer genug blitz angriffe schaden was denn noch ich bin ja schon wieder fast down ich hab blitzschaden ich hab da da ist da ist einer wo wo es wo sind die gegner ist das ein freund oder feind ich glaube das ist ein freund aufstieg stufe 9 sehr gut jetzt muss ich aber ausruhen so so kann ich hier hier rasten lager aufschlagen ich habe eine lager ausstattung zur hand leistung zur hand fleisch zu grillen ok fleisch grillen lager aufschlagen ja mein erstes lager so was haben wir hier untersuchen bis zum morgen ausruhen dann hoffe ich ist meine lebensleiste mal wieder gefüllt ja das sieht doch gut aus hier was mit dir bist du nicht bist du nicht ein kleiner da haben wir unseren unseren dieb anheuern will ein vasallen aus der ausgetauscht werden soll ja elisa elisa nein zu entfernen elisa oder gaiven gaiven ja ja so langsam kriegen wir uns zu recht gerückt er sieht zwar ein bisschen pappnasig aus monster abzeichen für die eine gewisse anzahl von bestimmten besiegt haben sehr gut feldabzeichen spezialisierung der info 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 das ist mir zu viel input so mein gott da prökeln wir uns hier zentimeter für zentimeter durch das gebiet aber das ist ja meckern auf hohem niveau macht aber spaß das muss man wirklich sagen das kann man wirklich neidvoll anerkennen hier sind die wasalen den haben wir neun dazu bekommen ist hier noch was drin ein bisschen was looten wir natürlich nicht schlecht ok da ist der kiste ölpfeil 350 g das ist ganz gut ja unsere unsere session suchermedaillons 240 so ok in der ruhe liegt die kraft hier noch mal rein oh ja los gibt's mir irgendwas cooles lazarus stein jetzt habe ich drei splitter zusammen um ein lazarus stein und ich glaube jetzt kann ich schnell reise machen und das machen wir vielleicht auch arzneitrank also dass man den nur einmal am tag trinken kann das ist ja super super bescheuert aber aber gut was ist hier noch ist das ein schriftstück können wir das lesen wir haben jetzt durch unsere rast sind wir komplett auf aufgebrezelt so da waren wir drin da waren wir drin da waren wir drin da waren wir drin doch jetzt aufheben verfälter zweig tuturial tja nicht möglich Oh, noch eine Kiste. Tigerauge. So, okay. Dann wollen wir mal weiter, wa? Kann man auch mal zwischendurch speichern? Ist das schlau? System. Speichern und fortfahren. So, wir wollen, wir sind eine gute Truppe jetzt. Ah, jetzt dem Weg folgen. Jetzt dem Weg folgen. Los, ja. Ich würde auch gerne mal verwende den Befehl los. Ach, da ist los. Los. Kobalthorn. Ja, der ist ja geil, der Dieb. Oh, meine Güte. Kobalthorn. Wie viele Kobalthorne hörner soll ich denn noch? Noch ein Kobalthorn. Ja, aber. Oh, da oben ist ein Chest. Eine Truhe. 120 R. Nicht Gold, R für Vasalen. Sehr cool. Aber wir sind jetzt eine echt tolle Truppe. Also das ist echt sehr cool. Und wir wollen mal schauen, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Mein Gott, ist das weit. Warum ist das so weit? Oh, da oben. A flawless execution. Let us try for the same results with our next attack. So. Zerstörbare Brücken. Ja, ich bin froh, dass ich da jetzt rüberkomme. Da, da ist das Ziel. Okay, okay. Elisabeth soll ich den Bogen benutzen. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Koboldhorn, Koboldhorn, Goldkäfer, okay. Dahinten ist noch einer. Diese Echsenmenschen sind ja echt schwer zu besiegen, aber nicht unmöglich. Echsenschuppe. Hier ist auch ein Lager. Aber wir haben jetzt kein Lagerkram mehr. Drei Tausend Geh. Anheuern? Ne, ne, jetzt sind wir gut aufgestellt. Da ist ein Feuer. Ja. So, dann haben wir, wenn ich das richtig verstehe, wer ist das denn? Ach so, das ist einer von den anderen Leuten. So, was ist das noch? Das interessiert mich. Da ist ein Lagerfeuer. Dahinter ist aber noch so eine Fahne. Was hat das auf sich? Da ist der Bergbuche. So, grünlattig. Ja, wir sind gut aufgestellt. Ah, guck mal, es lohnt sich doch. 2.000 G, so und weg jetzt hier. Ja, ha, ha, ha. Da haben wir den Schatz geplündert. So, und jetzt? So, den ganzen Weg wieder zurück. Oder jetzt unseren Lazarusstein benutzen. So, wenn ich jetzt mal gucke auf die Karte, dann haben wir das Quest erledigt. Und wir haben dann noch hier die anderen beiden, die sind in einer ganz anderen Richtung. So, wie kann ich schnell reisen? Das interessiert mich jetzt auch. Karte. Zack. Gegenstände. Kombinieren. Ah, ich habe noch eine Lagerausstattung. Sehr schön. Koboldhorn. Ich habe doch Lazarussteine. Verweckter Zweig. Lazarussteine. Bestätigen. Benutzen. Tote wieder zum Leben zu erwecken. Alles klar. Ja. Okay, das ist natürlich eine epische Reise. Jetzt haben wir eine... Oh, Wunderelex hier. Was ist das? Aha. Ergreifen. Wollen wir da helfen? Drei von... Oh mein Gott. Ergreifen. Wir haben keine Möglichkeit, unsere Erlebnisse zu erwecken. Ergreifen. Ergreifen. Lazarussteine benutzen. Jetzt habe ich mal gerade einen. Ja. Drei. Zwei. Zwei. Der ist aber hartnäckig. Meine Güte. Ja. Jetzt haben wir ... Erreifen. Die ist sch Jacken. Ja. Ja. Ich bin ein. Das ist gut. Die ist ein. Das ist gut. Schoss. Ich bin down vom letzten Speicherpunkt ich würde mich mal interessieren ob der dann schon so wie in den anderen Spielen Skull and Bones und so ob der dann schon den Schaden den wir ihm zugefügt haben dann noch hat oder ob er wieder komplett aufgestellt ist das interessiert mich auch mal Ne, das ist jetzt ist er weg oh mein Lazarusstein ist auch weg mein Gott Lunett, Magier ne, wir sind eine tolle Truppe da gibt es nix so, das Problem ist nur ähm wir müssen so wie es aussieht den ganzen Weg zurück nach Wernwurst und von da aus dann zu dem nächsten Abenteuer aufbrechen vielleicht mache ich das ähm in einer anderen Folge oder ich mache das wirklich so können wir nicht hier Lager aufschlagen Lager aufschlagen ach so da kann ich jedes Mal ein Lager aufschlagen das ist ja cool bis zum Morgen ausruhen aber es macht Spaß das Spiel also da gibt es nix ein paar Sachen sind ein bisschen so ein bisschen dass man nicht sehen kann äh welche Vasellenstufe der Vaselle hat dann äh das ist manchmal ein bisschen fummelig aber äh wenn man da genauer drauf äh klickt und macht und sucht und tut dann findet man das auch äh das ist ein bisschen umständlich gut tja in diesem Sinne euer Käpt'n Riliok die kleine Truppe die hat's in sich und wir sind wieder gut aufgestellt wir haben volles Leben so ein bisschen was essen oder so weiß ich nicht und ja dann sage ich in Hamburg ich sage mal tschüss bis zum nächsten Mal ähm ich glaube ich mache das wirklich so dass ich dann äh jetzt offline ähm zurück zur Stadt laufe das nützt ja nichts wir speichern jetzt hier mal System speichern speichern und dann äh sehen wir weiter alles klar in diesem Sinne euer Käpt'n Riliok und in Hamburg sagt man tschüss bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal